Dieses giftige Insekt lebt bei uns im Wasser und kann ziemlich schmerzhaft zustechen. Hier habe ich eine Fliege in das Wasser gelegt. Schau mal, wie schnell es die Fliege fängt. Die Beunte wird mit einem Stich gelähmt und ausgesaugt. In Ruheposition hält das Insekt seinen Hintern an die Wasseroberfläche, weil es auf diese Weise atmet. Das ist eine Wasserwanze aus der Gattung Iliocoris. Ihre Stiche sind für Menschen nicht gefährlich, auch wenn sie schmerzhaft sind.